Ich bin viel ruhiger geworden seit Ryan und Samantha auf der Welt sind. Zwillinge, hä? Jipp, wir hatten Glück. Kinder killen den Erospern. Hab ich dir schon immer gesagt. Stimmt, Jack. Das hast du mir schon immer gesagt. Der Fjörn! Du, ich hab ja mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen, denn er findet dich. Ich hab keine Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen da. Sie stand ich vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels. Und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller, immer schneller. Ich war ganz leicht. Ich spiel Streifen mit Raum und Form. Und ich wusste ganz genau. Lähke aus Rohn, Noga. Noga ist so, so. Herr Min sage ich, sie im Leben gehäte. Und ich füge immer dankbar von Sie. Ja, läge an! Hau mal aus, ey! Nein, Läpple! Lass mich mal, das mache ich schon. Noch Uhr raus! Nein, nicht wirklich. Tschüss. Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier?